L'Oreal. Für das extra super natürliche Haar. Das wird ein Mist. Mist. Die muss kommen. Da ist noch nichts draus. Mach mal vom Hauch. Mach mal vom Hauch. Wie ist einer? Ey, das war echt affengeil. Ohne Witze. Das war doch mal ein... Ich würde mal sagen, das Feuer ist jetzt auch aus. Heiß. Das ist echt heiß. Das ist jetzt, wenn ihr die Bremse löscht. Ey, das ist echt der Knüller. Ohne Spaß. Das hat so einen richtigen Bass gegeben. Was? Das hat richtig... Das hat richtig... Mit Bass so ordentlich hat man gemerkt, ich explodiere jetzt. Das ist echt... Wir gucken, dass das nicht ganz doll auskommt. Jetzt machen wir noch einen. Die haben es groß, ne? Nein. Doch. So. Die kleinen können wir doch noch da. Komm schon. Juhu. 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 Vielen Dank.